Hallöchen ihr Lieben, wir sind schon oben im nächsten Stockwerk und hauen einmal den Gänger dazu bei. Dazu sagt Zement, was ist denn das für manieren? Au, bist du deppert. Prost. Komm, Energie, Ausdauer, ich brauch alles. Und das Zeug, es gibt sie noch. Letzter Park. Hat er sich gerade voll geheilt? Oh, Mistkerne. Oder hat er überhaupt kein Damage gekriegt? Das soll natürlich auch sein. Au. Ja, dann bringt da noch mal was. Au. Ray, wie wäre es, wenn wir den angehen würden? Jawohl. Dann wieder schnell was saufen, falls möglich. Oder auch nicht. So, und gerne. So. Das, der ist erledigt. Können wir den noch angehen. Und, que, que, que. Wusch. Jawohl. Zack. Oh, Ray. Ist er jetzt tot oder ist er bewusstlos? Warte, diese Albkommande ist schwer. Ich glaube, dieses Stockwerk sollte ich vielleicht noch ein bisschen streichen. Komm. Oh, die Ausdauer braucht echt lange, bis die wiederkommt. Und, vielleicht sollte ich, ähm, vielleicht sollte ich hier schon mal, äh, irgendwie war das nicht mehr, ja, Machtwelle und so, ähm, schon mal rausholen. Wäre vielleicht gar nicht mal so blöd. Wartet kurz, haben wir gleich. Auf jeden Fall nochmal so ein Steam, äh, runterwürgen. Passt. Und, dann gleich mal diese Fähigkeiten, da, Machtwelle, Machtstoß, dieses Zeug halt. Nahkampf. Ich glaube, das können wir nehmen. Ähm. So. So. Also sind wir jetzt oben. Nein, ich glaube, wir sind noch unten. Okay. Dann nix wieder auf. Nee. So, den nehmen wir mit. So. Wow. Was war das jetzt da? Alter. Was war das jetzt? Hm. Vielleicht soll ich auch überhaupt nicht drauf gehen. Und einfach nur schauen, ob wir das Item für die Drohne wirklich schon haben tun und mich einfach verpissen. Das wäre vielleicht sinnvoller. Und den Typen da einfach später machen. Wir müssen sowieso nochmal her. Ist vielleicht besser und gesünder momentan. Schauen wir mal. Quest bedingt. Ähm. Blechdose. Alles muss man selber machen. Wie freundlich. Ähm. Steuermodul besorgen. Ja, ja. Damit der Schaden behoben werden kann. Tatsächlich. Das hätten wir sogar. Ja, dann würde ich sagen, wir müssen eh nochmal hierher. Scheiß mal auf den Trottel da und... Gehen wir mal heim. Zu unserem Freund. Geht das hier? Ja, das geht. Wir können eh jederzeit hierher zurück. Passt schon. Müssen wir da nicht jetzt 30 Parts damit verbringen. Also, hier ist der Steuerungsmodul. Ich habe ein Steuerungsmodul gefunden. Mal sehen, ob wir dich wieder hinkriegen. Naja, deine Waffensysteme funktionieren immer noch nicht. Aber zumindest solltest du jetzt leichtere Kommandos befolgen können. Also, du bleibst ab jetzt an meiner Seite, wenn ich dich rufe. Analyse Steuerung kalibriert. Jawohl, Sir. Sehr gut. Es funktioniert. Ich habe mein Lager zwischen Edan und Abesser aufgeschlagen. Hier sind die Koordinaten. Neue Daten erhalten. Gesichert. Okay. Dann kümmern wir uns jetzt um dein Waffensystem. Kümmern wir uns jetzt um dein Waffensystem. Waffensystem defekt. Verteidigung insuffizient. Hast du eine Ahnung, wo wir einen Ersatz finden? Ressourcensuche. 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 Austausch möglich. Alle U-Einheiten. Vielleicht funktionieren die Waffensysteme von Cronio 3 noch. Aha, da müssen wir zu ihm zurück, ne? Okay, ich glaube, er haut jetzt mal ab Richtung Lager. Dann schauen wir gleich. Ah, falsche Taste, Entschuldigung. Ähm, Quest bedingt, ne? Neue Waffensysteme. Oh, vier Typen. Ich glaube, das wird dort sein... Wo wir abgestützt sind, oder? Converter, Edan. Das wäre, glaube ich, das Näherste, ne? Würde ich sagen. Probieren wir es mal, oder? Hui! So, wir mischen da lang. Lali-lala-la-la. Platsch, platsch. Vielleicht finden wir noch das eine oder andere Viech an. Das wäre ja auch nicht schlecht. Da zum Beispiel. Hui! Das ging jetzt aber schneller als gedacht. Wah. So. Zack, 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 zack. Jaja, und zack. Na, aus ist. Schmetter. So. Hm. Das war so geplant. Äh, genau. La-la-la-la-la-la. Du, du, du. Der Vertocher auch ein Beißerlein. Komm her, du scheißiger Beißer. Tra-la-la-la. Tra-la. Boah, tischt schon gut. Tischt jetzt schon gut. Ich bin begeistert. sind die kleinen Viecher wirklich schon spürbar schwächer. So. Das Pflanzerl nehmen wir auch noch mit. So ist fein. Da haben wir auch noch was. So. Und weiter geht's. Einmal links und rechts schauen. Also links und rechts schauen. Kommt kein Auto, können wir drüber. Jawohl. Oh, ein Hornwölfchen. Na komm. Zack, zack. Zack, 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 zack. Und ein bisschen noch. Und zack. So muss das ausschauen. Sehr gut. Speichern wir auch nicht schlecht. Danke fürs Erinnern. So, auf den 15. Platz. Bitte sehr. So ist fein. Perfekt. So. Da ist nix. Und da ist auch nix. Passt. Dann gehen wir da rauf. Es ausschaut, wenn da ein Viech gewesen wäre. Aber da war nix. Da war nix. noch weiter hier rauf vielleicht. Bin ich da schon irgendwie bei einer Sackgasse? Sackgasse. Ja. Ich probiere mal. Halt. Zuerst das Pflanzerl. Wo ist es denn hin? Da. Nein, nicht du. Du bist auch eine schöne Blume. Ja, ja, ja. Hey, ist der eitel. So. Und nix für rauf. Hui. Geht das? Ja. So ungefähr. So, ein bisschen warten. Da, 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 da. So, auf diesem Weg sind wir schon einmal rauf. Weiß ich ganz genau. So. Wusch. Jetzt können wir ein Stückchen laufen. Genau, da sind wir schon, hui. Sind wir schon fast da. Natürlich regnet es schon wieder. Kommt dir so selten vor. Da. So. So ungefähr dürfte es passen. Wir müssen wieder ein bisschen warten. So. Und. Feuere Karten. Oh, oh, oh. Oje. Oje. Ah. Das hat sich super viel gebracht. Gratuliere. Das meiste aus dem Schuttier haben sich andere schon geholt. Aha. Geht es da etwa rein sogar? Beabsichtigt? Ja. Warte. Du bist ein Depp. Warte. Wieso rennt er denn, wenn ich nicht will? Dass er rennt. Fies liegen. So. Gleich haben wir es. Und. Yeah. Ich will doch nur da hochklettern. Er hüpft die ganze Zeit, aber er macht keine Anstalten, dass er klettern tut. Na ja, dann warten wir halt. So. Drei Stunden später. Ui, der Ka. So. Okay. Jetzt sind wir schon fast ganz oben. Und jetzt sind wir gleich vor die Türe. Zack, zack, zack. Den Ort hier kennen wir ja schon gut. Den Ort hier kennen wir ja schon gut. Das war unser Anfangsgebiet hier. Tap, tap, tap. Und da vorne ist schon unser Zielobjekt. Tap, tap, tap. Wir sehen auch nach wie vor, der Grafikpack mit dem Wasser ist behoben. Super. Also. Servus. Waffensystem. Äh, ausbauen. Mal sehen, ob das noch zu gebrauchen ist. Musst ja mal schlucken. Tja. Jawohl. Und dann müssen wir zu unserem Kumpel zurück. Wo auch immer er erst ist. Wenn wir jetzt Glück haben, ist er jetzt gerade im Lager. Perfekt. Dann borten wir uns gleich dorthin. Juhu. Und dann können wir auch gleich Bericht erstatten. Beim Lloyd. So. Freund, wo bist du? Freund, wo bist du? Das wird da rum. Halt. Stopp. Stillgestanden. Halt. So. Bitte einmal reparieren. Präparieren wir dein Waffensystem. Danach solltest du wieder der Alte sein. So. Das sollte es gewesen sein. Analyse. Waffensystem. Betriebsbereit. Juhu. Sehr schön. Na, dann hoffe ich, dass du mir noch eine Zeit erhalten bleibst. Sehr gut. Und gleich bei Lloyd bin ich der Stadt. Hallo. Ach so, geht gar nicht. Täter jetzt gar nicht als Freund. Wie fies. Ich dachte, ich kann da noch... Naja, dann halt nicht. Ähm. Vielleicht ist das schon automatisch. Keine Ahnung. Gut. Was nun? Ähm. Ich wollte mal schauen, wie weit es noch dauert, bis wir... Ja, die Hälfte haben wir schon wieder. Das ist ja schon mal schlecht. Das freut mich. Lernen können wir derweil nix. Na, das haben wir schon alles wunderbar verbraucht. Also eingesetzt. Gut. Was nun? Was machen wir als nächstes? Und zwar... Mh, 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 mh... Gefährdentechnisch... Köpfe müssen rollen. Mh, 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 mh... Westen von Abessa, Tiras. Ignaton. Aha. Das wären nur drei Leute, die nicht am selben Ort sind. Das können wir theoretisch auch probieren. So. Aha. Von wegen, der ist alleine unterwegs. Ach so, das... Warte mal. Vielleicht doch. Müssen wir mal probieren. Warten wir uns nochmal dorthin. Ich habe mich, glaube ich, gerade vertan. Aber da war, kommt mir vor, ein Lager. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ein Lager. Mal schauen. Ob man das einigermaßen hinkriegt. Tap, 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 tap. Schön wär's. Ich hab ja nix gemacht. Also, was, die Leute sind so unhöflich. Bin ich überhaupt richtig? Ich bin mir jetzt sicher. Cool. Ich glaube, das schaut gut aus. Da vorne haben wir einen Kriter. Sogar zwei. Ne, hauen wir gleich weg. Zack. Sehr, Ray. Das war's spät. So, der nächste. Die Seerose. Nehmen wir auch mit. La, 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 la. Komm her. Au. Drecksviech. So, geht's. Noch einer? Na. Der Quischt ist so komisch rum. So. So. Sehr, sehr gut. Dann geht's, glaube ich, da drüben weiter. Tap, 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 tap. Halt. Eine Blume. Eine Pflanze. Also Heilpflanze. Da unten ist auch eine. Ich seh dich. Hui. So. Jetzt geht's da drüben weiter. Tap, 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 tap. Und scheinbar immer schön den Weg entlang. Was rauscht denn hier so? Hm. Mysteriös. Wir müssen aber scheinbar weiterhin einfach diesen Weg da folgen. Woher wir es halt aus? So, haben wir noch eine Blume. Werden wir auch gern mit. La, 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 la. Aha, da ist ein Hittel. Ich werde mal vorsichtshalber speichern tun. So. Und schauen wir uns da mal um. Wahrscheinlich gibt es gleich aufs Maul. Waren wir hier schon mal? Ah, da waren wir schon. Ich weiß schon. Ah, da sind wir. Da waren die vielen Pestratten, die wir vom Dach aus erschossen haben. Das weiß ich noch. Oh. Aha. Da sind wir. Okay. Naja. Also normalerweise müssten diese Alpssoldaten... Wow. Kein Problem. Wow. Kein Problem mehr sein, wollte ich sagen. Dem scheint wohl nicht so... Ray, du darfst auch mal. Ray, ich bitte dich. Hilfe. So, ich sauf mal was. Und der mal. Auf den Busch. So. Wow. Was, den hätten wir schon mal. So, dann essen wir mal was. Dann tun wir auch speichern. Apropos essen, ich könnte auch mal Buff Food verwenden, ne? So. So, dann würde ich sagen, essen. Nom, nom, nom. Da. Wasserflasche. Fällt das eigentlich unter dem? Ah, ja, fällt unter dem. Starke Knochenbrühe. Haben wir nur eine, ne? Mhm. Hochleistung. Regenerationsdauer. 20 Sekunden. Gesundheit. So und so viel selten. So ein widerliches Fleisch gesehen. Allein der Anblick verleiht dich dazu, wegzureihen. Mh, lecker. Das hilft Giftresistenz, Strahlungsresistenz, Gesundheit plus 100. Okay. Das heißt, wenn wir verletzt sind, können wir die verknuspern. Moment. Den müssen wir weglocken. Weil hinten kommt gleich noch einer. Ich glaube, das tue ich drei. Ah, das sehe ich schon. Wow. Okay, der ist schon wieder mächtig. Ray, ich tauch dich. Okay, da glaube ich, haben wir noch keine Meter. Ähm. Wow. Hallo, hallo. Da will man mal was saufen. Verstehst? Ah, und ins Kreuz. Oh. Wumms. Schildblock. Zack. 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 Nochmal. Wumms. Zack. Zack. Ray. Okay, der ist viel zu stark. Ich glaube, die Quest ist dann wieder was für später. Mist, verdammter. Hätte ich nicht gedacht. Dann werde ich gleich mal laden. Okay, die ist definitiv für später. Mist, wollen wir uns wieder eine andere suchen. Hm. Hm. Nichts gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so schwer ist. Umgehen kann man den Deppen wahrscheinlich auch nicht, ne? Dass man zuerst seine Freunde umhauen könnte. Der hat auch eine ganz andere Waffe als wir. Wenn die Viecher nicht wären. Eigentlich ganz nett hier. Ja. Kalt halt. Ah, das ist nix gut. Das ist nix gut. Mist. Und der Part ist auch zu Ende. Na gut. Ähm. Zumindest gleich. Das habe ich mir jetzt etwas besser und leichter vorgestellt. Hm. Was könnte man sonst für Quests machen? Wenn das nicht geht. Eventuell bleibt uns nur mehr das da übrig, ne? Sobald ihm was Neues einfällt. Okay. Äh. Was? Au! Na! Ich stehe da rum. Ich droht. Ja. Ist schon soweit. Leg sie weg. Hilfe! Hilfe! Alter! 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 Ha! Ich laufe einmal weg ein Stück. Vielleicht. Ja. Jetzt haben wir Ruhe. Gott sei Dank. Ähm. Vielleicht soll ich gleich Fix abhauen. Oh. Schau mal. Seh aus. Wisch. Wow. So. Für Suppe. Nacko um Gottes Willen. Also das ist... Pff. Das ist echt fies. Vielleicht hätte ich nicht unbedingt einen Commander auswählen sollen. Das war glaube ich nämlich der Alp Commander. da, oder? Aber ist dir wurscht. Was wollte ich da jetzt machen? Wait. Dann schauen wir da nochmal vorbei. Vielleicht können wir dem da helfen, ne? Ansonsten. Ja. Muss ich mir da was einfallen lassen. Aber das schauen wir uns im nächsten Part an. Oh weh. Bei dem muss ich jetzt hier wieder was zahlen. Mal schauen. Also im nächsten Part dann. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Schmick's. a Feri. Tschüssi. Vielen Dank.